Frech! Okay, worgen gehen wir denn? Worgen geht wer denn? Ich würde mich in den Con platzieren, an und für sich. Ich werde Grin zu. Dann gehe ich B. Wenn wir gleich von Anfang eine Grundregel aufstellen, und zwar immer der, der mit Top Spawn Richtung A spawnt, wirft nen Molotow in die Main hinein. Ah, das kann ich oben machen? Ja klar. Das ist ganz, ganz essentiell auf Train. Und hier unten jetzt die Tür? Das wird wahrscheinlich B. Hm. Oder sie machen dann IV Go. Ja, A Schüsse vor mir. Ja, oben bei B. Drei Stück oben raus, die aim ich ab. Der ein, zwei Stück unten, zwei unten. Einer rechts am weißen Zug schon. Ich habe oben Bombe down, aber ich bin super low. Zwei noch Spot. Der push dich close am Öl. Das ist down close. Oben noch. Beide oben. Oh shit, der kann man nicht mehr weg. Wieder runter gesprungen. Einer. Ich bin dann rum. Jawoll. Und der letzte planted. Und jetzt beide. Und go. Oh shit. Kein Zügen. Hast du, hast du. Ja. Oh. Oh. Wer spielt da? Ist das der andere? Ich nicht. Das ist doch Tatsen. Das ist doch Tatsen. Unlucky für die, das die Bombe als letztes kam. W normalized mit der Bombe! Nies. Unlucky. Das ist die Bombe als letztes gekommen. Atems kann... Ne, du spielst B, ne? Klippi, kannst du n Molo... Ne, ich kann... Scheiße. Atems hat n Molo... Ja. Ja. Das sind in der Runde noch nicht so wichtig, in den Gungrounds wird's heute nicht richtig. Relativ offen, weil ich nehm... Fahr raus. Die sind schon sauer. Sind schon sauer. Bane, einer drin? Down, einer. Schön. Könnte einer noch raus sein, theoretisch. Ja, ich sehe nicht. Vielleicht ist denn Popdog aus... Werden eher A sein. Also ich bin durch. Ich smoke mal Popdog ab. Einer Ivy. Linke Seite. Einer nicht. Nein, noch einer mit Beagle. Ist der echt Main? Ja. Ich hab den bei mir hier oben gehört. Einen Gippie. Einer war noch Ivy. Ich bin Popdog. Einer Ivy close, rechts. Ohoho! Okay. So, ich bin durch komplett. Der ist zurückgekommen. Hier nochmal Popdog hoch. Main Bombe. Der kam jetzt. Letzter kommt auch zu dir, Main. Ne, der ist noch Ivy. So. Ja, dann holt euch einfach die Main-Kontrolle. Na da, du aimt den ab. Schön gespielt. Oh, die haben sogar gegen geforst. Das ist natürlich bitter dann. Ja, wobei sie haben... Die hatten nur Pistolen bei mir. Achso, der hat die MP von... Achso, der hat die MP von... Wessen MP hatten wir denn dann? Hey, jaaa. Ach ne. Gippie kann... Ne. Was denn? Ja, dann haben die Elektros MP aufgehoben. Was willst du? Ne, ich hatte ne Scout. Ne, ist alles. Ja, ne vermaßt wenn du kannst? Ja. Let's gooo. Ich hatte ne Scout oder so. Wollen wir mit der Train spielen? Wollen wir mal was anderes aufnehmen? Wir haben nie Train. Das ist richtig, ja. Zum Glück auch. Ja, aber man kann es ja immer... Vor B? Habe ich für das Kommen. Einer im Pop-Dock? Oder oben Pop-Dock noch? Ja, ich bin tot. Einer von denen hat mit der Shotgun in die Fresse gefresst. Ähm. Kommt recht viel B? Noch mehr? Nein! Die's wechseln. Einer ist gerade noch BFs. Hätte er die nicht gehackt. Ja. Ich hänge nur fest. Ja, du hast noch einen. Einer ist schon runter. Einer ist oben schon bei uns. Genau. Der ist schon auf spät Spot. Oh. Einer kommt spät. Was ist denn das? Einer kommt spät. Muss Winn vom Zug rechts weg sein. Ja, der liegt. Gegen einer. Einer noch. Ich hab 48. Der war kleine Rampe eben. Ja, Kunder muss oben hoch. Lass mal. Wir müssen mal anträgen. Hinter. Hinterm Zug. Hinterm Zug. Ja. Gespielt. Ja, WP kommst du leider nicht. Bin da so an der Leiter hängen geblieben im Pop-Dock oben. Das war. He. Wer. Föhn. Föge halten Kunran. Traumhaft. Momentan spielen wir aber auch wirklich viel. Kannst du einmal legen, Gibi? Ja. Was ist denn? Wenn du eine AWP legen hast? Leider keinen Molly für Main. Shit. Hinter dir. Ja dann, äh, Gibi kannst du Main-Molokokken. Weißt du ja einfach vorne links stehen. Ich frage mich warum die sich in der einen Runde gemessert haben. Ob das aus Versehen war? Ja. Aber der muss ja mehr als einmal treffen. Ja, aber dann wäre er gekickt worden. Ah, Snoke. Da schlecht. Yo, wir haben... Wir haben Waffen. Mindestens zwei. Der habe ich gekillt. Ivy flasht. Einer Main. Raus. Man raus. Flasher. Rüber. Okay. Ivy raus schon. Icon. Der ist da oben. Boah. War der? Ivy, Ivy. Ivy. Ivy schon auf Spot Air? Nein. Noch eine letzte Ivy. Noch eine letzte Ivy. Spot jetzt gelaufen. Sandwich kommt hier. Heiß. Ich bräuchte einen Drop. Ja, ich lege. Das ist auch der Bells. Aber eine gelegt. Die hat die gefangen. Ja. Ich würde aber mit A... Also ich könnte das Molly werfen, aber ich würde gerne B. Also ich habe A. Ja, ja. Geh rück B. Werf auch keinen Molly. Ich ziele einfach Main den Cross an. Ich treffe halt keinen Spray in diesem Planeten mehr. Ich muss das spielen. Ich bin tot. Ja. Ach. Das muss ich mir unbedingt an... Appa einer down. Eine kleine. Kleine? Zwei Stück. Eine close. Raus. Appa jetzt. Deepa down. Anna war gut. Noch eine kleine down. Aber ich mache mir gar keine Sorgen bei dem Team. Der hat dem Planeten immer. Ich halte rechts. Das heißt, er hängt da fest. Der ist immer noch mehr mittel. Jaa. Oh, ich muss mir unbedingt ein Bein für alle Granaten einzeln machen. Ja. Das hilft. Das ist so ärgerlich, wenn du das Molly willst, aber dann ein zu weit gegangen bist. das habe ich mir auch ganz spät erst abgewöhnt über das mausrad waffen zu wechseln aber das hilft extrem weil du dich nicht so oft weil du nicht so oft fumble stinger das problem ist so viele buttons gibt es nicht mehr bei cs also das kannst du wenn du bg ist ein flash immer hochwerfen also einfach immer ganz gut also ich hab auf den beiden maustasten die ich links ich würde am liebsten die maus ohne maus aber die main hat sie noch einer main eine rausschung ja shit die op hat gepeaket main noch ja man muss du haben wie musst du haben ich habe main die können größte im grunde gehen durch main smoked recht gesmoggt kann schon durch sein aber er gesneaket oder ja müssen gesneaket sein main down ja ist er der ist am old boppel und popdog raus glaube ich oder main war verschossen ich habe popdog raus der kommt links durch schön 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 schöner welt er legt echt einfach durch das ist natürlich stark das ist nicht schlecht so dass wir den ärgern deinem 4 drop für mich ich will keine arme mehr oh warte hast du doch kein geld hat noch weg haben wir irgendwas kleineres gib mir die ruhig dein geld mein scout recht durch die brand gelaufen linke seite man oben awp eine linke seite man noch scheiße aui einer sb durch oben noch einer main immer noch evi nur einer werde überrannt ne 2 noch einer noch einer noch einer ja links hab dich oder war das meine leiche und meine leiche gewesen sei ich hab nur ein step die bombe ja ja grundlegend schon durch das ist natürlich motiviert von ihm seiner main letzter main letzter main dann war das meine leiche die ich bei dir gesehen habe danke gegen mein grundlegend könnte auch von uns gewesen sein ich hab meinen links kann ich meinen reinflaschen wenn ihr wollt mach mal weiß nicht wie gut die war gar nicht ich glaub da war der ist vielleicht wieder zugelang der ist vielleicht wieder zugelang ich glaub der zug war im weg der war eben drin der wird bestimmt noch die AWO holen eine von den beiden nein wie meine ich halt durch äh brauchen wir noch eine AWP ne oder ja gib mal bitte also ja also entscheidet sich da heufe ja ich will mich jetzt nicht mehr offensiv da hinstellen sondern hier hinten ich kann den empfehlen bleiben okay alles gut muss also nicht reinflaschen weil ich nicht da hinten rumgehe roger roger head back head back come on let's go ja nice Entschuldigung ich bin mit der Maus an der Tastatur angekommen ja 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 so ist das auch bei den Gegnern passiert nur dass der dann an der Tastatur hängen geblieben ist das dreimal ja der ist er wir könnten ein Unhit haben Ivy kommt mach mal wenn du was hörst ich geh mal Grundlinie du brauchst Ivy dann nicht halten selbst aber ich kann sie nicht nur noch zuordnen sehst du denn so Items dass du sie siehst wenn sie durchgehen nein weil ich bisher immer gepanischt wurde wenn die auf mich ja ich will es nur wissen das heißt ich kann jederzeit hier so dass wir nur nicht in den Schusswinkel laufen bin wieder weg äh popdog würde ich ja hier springt was oben main am roten roter Zug und main oh gott fast gechokt rolle oben geht von den Arm cool main zwei main sind die schon raus? nein ok smoke hey wir kann gar nichts kommen da los du steppst oder? stepp ja ja ok jetzt nicht mehr jo elektro steht Ivy ja guter ein popdog items B aber dass die vielleicht gleich nochmal ein B go machen wollen bei mir runter minus 44 könnte wieder hochgegangen sein nicht gesehen ich glaube er ist hochgegangen von den Steps her minus 44 main 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 linke Seite aber kill den eben der pop kommt nicht hin Ivy kommt Ivy kommt jetzt einer pop letzter war Ivy pop popdog ja der eine hat meine net wohl gefressen hallo jetzt würde ich einen drop nehmen dass ich 180 in 6 der eine? äh was war es einem? äh ich glaube weil ich habe mich verkauft hier hast du eine scout nein nicht kauf ich habe es schon verkauft äh jetzt hast du vorsichtig ich habe dir die ich wollte eine AB äh nee Abwee genau ich wollte eine MPa droppen ja ja könnte ein schneller Argo werden vielleicht A vielleicht sind die hier schnell vor B auf die habt ihr Ivy? ja habe ich nein keine Ivy Bacon A ja ich bin aber spät erst da oben könnte raus sein ja sind an der Türe zwei Leute einer könnte oben schon sein einer down rollo in das Spot geworfen ach man große Rampe ja ach eine kleine Rampe Moak hat uns da ein bisschen äh geschadet naja um rauszukommen mit mehr Leuten ja ich hätte mir noch einmal abgezielt so ich weiß nicht genau was ich machen soll kann ich ja nicht riechen einer oben ist tot das ist richtig rechts am weißen da ist der Zug down letztes Spot glaube ich der Spot da wo man plantet verdient 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 ja du solltest einmal hin run kids push ihn einfach zu lange gebraucht für die Waffe jetzt kann man jetzt kann man eine ECO machen ja eine Degel 1 Wollen wir Ivy durch pushen zu zweit oder zu drüben wirst du nicht kriegen Degel hui du möchtest eine Degel da ich bin fein du musst auf ja eine Ivy B-Steps ja ich muss weg Grenada einer ist das wieder könnte oben raus sein HWF Smoke A Flash A noch weiter ja hinter grün schon Sandwich schon Main aber A Snare WP äh Elektro Elektro Closer bei mir direkt am Spot schon ich habe ihn einmal angeschossen glaube ich Items wow ja ah A das ist ja gar nicht noch einer Elektro glaube ich zu wild okay sein wird Hatchert ne jo vielleicht kleine Rampe B B kenne ich irgendwo ne Waffe ja keine Rampe lag die Bombe oben B ist keiner hatte der keine Waffe hier ne der eine hatte nur ne ZZ links oh ne Runde wo hat er sich denn durchgesneakt also ich weiß es nicht ich denke mal kleiner Rampe über durchgegangen sein weil ich bin auf A verschoben weil ich dachte sie wären da sind grad äh nix aus Klickos warte wurde die gerade gelobt Wurde die AWP nehmen wenn du die nicht spielst Gippi der wurde gerade gelobt oder wie bitte Wurde die AWP nehmen wenn du sie nicht spielst ne eine Wurst überhört ich habe ne Aufnahme na der spielt gern Mario Kahl und mag die Items ach so grad die Runden ja die schönen Runden Items ha 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 ah wieder Sandwich Smoke vielleicht rechts überm blauen die Main wahrscheinlich ja die Band rauf aber gut oh zwei Main drei Main hier hat einer Popdog schon raus sind zum Teil low von den warte ne nur einer low einer low 3 Stück minus 30 ja ja einer minus 47 er steht doch daaa der stand da auch kann eigentlich phasen lass mal kaufen Items kann sogar einmal legen was soll ich legen M4 am besten da lass uns mal zu viel lass mal zu lass mal zu ja lass mal aber zu zweit Ivy pushen ich springe jetzt rein macht der Mann einfach Ivy durch auf Kontakt ihr beide solltet auf A bleiben und halt schauen dass sie ist irgendwie verteidigt ja gut gutes Geling jetzt schleichen Mäner hat geschossen Molli hier irgendwo einer ist Popdog schon raus einer Popdog raus ja Popdog auch aufm Spot ja zwei Leute drei Leute Spot vielleicht safe ja ok aber der hat halt auch an jetzt könnt ihr safen eigentlich der ist selbst natürlich gemein ne der andere kam von hinten der andere kam von nahe ECO machen lass mal einfach A stacken wo ist die kiste wo ist die kiste war Main AWP so eine raus und ein Popdog einer raus und und Main noch einer Main einer raus noch einer roter Zug minus 30 linke Seite von gegen links rumziehen ja war ein Fake jetzt und jetzt einfach defusion dann muss er dich pushen oder er wirften wollte ein Schuss ja ne macht er nicht jetzt defusion ja die AK wollte er auch nicht mitnehmen ach hab ich ne AK oder was ne die lag die ganze Zeit auf der Bombe du hast sie sogar schon defused wir müssen mal ein bisschen ich probier mal close im Sandwich zu gehen dort mal ein bisschen mit dem äh Winkel zu halten hab ich nicht gesehen da ist der sogar gekehlt als er eine AK in der Hand hatte ja aber ich hab nicht realisiert dass da eine AK ist die ich aufheben könnte Main AWP down da ist es ich denke das wird B ich stehe beide auf einem Block bei der Flash A kam noch eine Flash A Sandwich war in der Main AWP down noch einer raus Main 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 close down noch einer Main ist schon Popdog ist einer letzter Popdog roll of down Bumble wo war der? Popdog äh liegt dann einer AK? ja kann mir einer was droppen jetzt werden wir vielleicht B nochmal kommen ja ja die da Ja, viel VB, viel VB, schieb mal rüber. Wo oben einfach durchs Molli raus, wie frech ist das denn? Scheiße, oben ist durch. Der ist oben wieder zurück, ne? Down, 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 alles gut. Noch einer am Spot, Low HP. Minus 88 einer. Der ist 12 HP. Steppern die Headshots. Der hat der Hälfte, Gipi, kann man mal so machen. Ich hab immer A gekommen. Richtig, ne? Die Male wo sie B gekommen sind, bin ich immer gestärbt. Hast du gut gemacht. Flash euch, ähm... Ja, lass einfach A raus. Ja, genau. Geht's fünf Runden, dürfte kein Problem sein. Erste kommt einfach auf Spot, ein zweiter hinter euch. Also könnt einfach raus und los. Ja, und los. Einer Ivy. Einer Side. Ein paar Ivy und Connector. Ein Stopper. Bei Ivy, ich hänge fest. Jo. Ein Fünf. Lass sie sich wieder kicken. Hallo? So hätte ich meinen Gegner auch gern gehabt, dass der 10 Minuten... Also wenn du siehst, wenn man da schießt, dann muss die Richtung wechseln. Der hat das Doppelteam eingesetzt, oder? Hat man gesehen. Die haben ein Doppelteam eingesetzt, ja. Den einen, den einen hab ich auch anscheinend gar nicht getroffen. Da kann ich, da seh ich dich. Also beim Nicht-Treffen, ja. Du hast jetzt hier unbedingt noch fünf Kings. Wann mach ich die überlegen? Der mal B ab. Lass mal schauen, ob wir vielleicht zu zweit in den Pop droppen können. Ja, stimmt. Und runter. Drei, zwei, eins. Jupp. Kann er zu Hause. Lass jetzt mal einfach wieder hoch und auf B gehen. Einfach schnell auf B. Dann drei, zwei, eins und jetzt. Ja, einer steht hinten am... Connector. Legen, legen, legen. Oben einer, einer oben. Grün hat. Barrel. Öl. Öl. Hinterm Zügen überhaupt hier. Einer close. Boah. Rechts hinten. Öner Items. Rechts hinten war der Öl drauf. Ja, war der Öl. Abgebrochen. Boah. Die haben beide abgebrochen? Ja, die hätten jetzt zehn Sekunden gebraucht. Das war ärgerlich. Ja, weil die den Molotow halt gefailt haben. Das ist halt... Aber damit kannst du auch nicht rechnen, dass der Molotow halt in die Hose geht. Bombs hat defused. Counter-Terrorists win. Wir haben einen Cash und einen Tash. Aber wir spielen doch Train. Weiß man überhaupt auf die Map wirklich Cash heißt? Kache? Ja. Was ist die offizielle Aussprache? Kache. Kache. Eindeutig Kache. Ich glaube da ist die Cash heißt. Eine ganz fragwürdige Aussprache ist auch noch Cage. Habe ich aber auch öfter gehört als alles andere. Also Cage. Also Cash am meisten. Aber dann Cage. Ja. War auch einfach zu hinterfragen. Einer auf dem grün, zu einer Stopper, einer das Connector. Ja, mich halt da fest, Mann. Da ist die scheiß Palette. Einer auf dem grün, zu. Nein. Immer noch auf dem grün, zu. Und einer Side. Da ist die scheiß Palette. Und er down. Der ist. Der ist. Der immer noch im Zug. Bünder Zug nach dem Erdau. Der ist aber eben Con. Con hat mich. 50 AP. Der ist tot. Der ist tot. Bist du tot? 50 AP. Noch vor Ivy. Die Bombe. Der ist down. Boah. Ivy down. Drei gegen einen. Drei gegen einen. Könnte von B kommen. B-Spieler fehlt. Ja. Vielleicht popt er. Ne, im Connector steht er. Linke Seite. Linke Seite. Spielt safe. Der wird gleich gehen wie die kommen jetzt. Ja. Ja. Der. Wie hieß es jetzt? Ich brauche ein Bebscheid. Könnt ihr einmal legen? Was machst du? Ich kann. Was für einen magst du? Äh. Wo habe ich eine SG. Da 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 die. Die haben kein Geld. Pass mal auf. Ich bespiele Ivy ein wenig defensiver als man es von dir gewohnt ist. Also okay. Tschüssi. 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 Ich glaube die wissen nicht. Ja. Grundlich. Ja. 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 Los. Du hast mal hier. Ja. 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 bei der Kunde an ja in der Smok nicht so sehr auf die Smokoffe sind das nehmen noch drei, wir können noch einen pre-firen einer noch minus 60 hinten man kliniert grundlinie genau grün kommt letzter minus 60 wie macht sie alle, wie kann man so wild sein, gefällt mir denke da wird die SG speichern war das der Grundlinie oder weiß es nicht wo der war, der ist eigentlich doch unbekannt jetzt würde ich die SG wieder entgegen nehmen ja ich kann auch einmal droppen ja alles gut jetzt oder? ja wir hatten nur die Scouts zu fehlen vorsicht auf unsere Bombe einer wird schnell popter kommen einer Sandwich grün einer auf dem grünen Zug down einer Sandwich get right grüner Strom down einer grün einer grün noch einer glaube ich gewesen mit Skin kann sein dass er einen Skin hatte ja der hat einen Skin oh ne den hab ich den hab ich ich glaub die Grundlinie ich hab HopDoc HopDoc so ne Runde so ne Runde jetzt mal B raus ich flash A, smoke A und wir gehen einfach mal B hatten wir noch nie ja können wir machen der hat nie weh er hat nie oben gepiekt also er war nie das haben wir noch nie gemacht ja dann einfach mit Vollgas das ganze bespielen vielleicht sogar noch zwei schlägt überleg dir mal krass das wäre du wärst jetzt sogar fast nicht letzter hauptsache nicht letzter da ist PopDoc einer und smoked groß Rampe ganz hinten durch PopDoc down ist tot und rum geradeaus du hier erster Zug wenn du mit Rampen runter kommst kleine links von wo direkt vor dir sind connector connector ja hab ich versuch mal den Plant durch zu kriegen ja schaffst du da wird einer sein connector hinten nach links ach nein beide da glaub ich geht langsam links rum oh er ähmt dich ab aber er zielt's ab er ähmt dich einfach das hat noch den ganzen Gürtel vor das hat dann kauf lieber keine Nades das ist hart hier werfe ich keine Nades ja dann wie gesagt kauf lieber keine aber wenn ich keine brauche oh das war das war zart du bist zwar nicht letzter am Scoreball aber das war noch 600$ wobei es sei in der Nack wäre ja nicht böse gemacht das hat eigentlich ganz gut funktioniert lass das noch mal machen wir müssen nur die kleine Rampe vorher smocken hier hat man eine schnelle Sandwichesmock bei mir ich Popgock ab ja das kenne ich hat jemand ne Smock für kleine ja ich geh wieder in die große gebe ich noch ne gute Flash ja ich gebe euch gute Flash einer ist close um komm komm da ist es gesmockt hinten ich bin jetzt in dem Allload einer steht spot irgendwo ja da steht irgendwo die voll drauf vielleicht rechts close an den Spulen nein legen einfach jetzt legen ich bin jetzt bin ich aber sauer frech kannst du nicht sein nochmal hoch zu steigen Irgendwann? Minus 53 Oh oh Ach du bist doch so ne Legende Oho Bin ich wirklich Hast du verstanden? Oh So ein guter Buch Und dann geht so diese Oteran Cill Musik Da hab ich gerade richtig einen ganz spontanen Schweißausbruch Alter Ich mein ich bekomm das ja auch in Items Da hättest du so nen Cut machen müssen Und alle denken alter war das krass Und dann ist das in der Folge Und dann passiert das Boah der Gipi ist präsent Das war der Wahnsinn Rechts Und Sound Boah achso Kipi Ich hol die Bombe Ich glaub die Bombe brauchen wir nicht Ja hier ist Leber Pop wahrscheinlich Ne Pop hab ich Hattel Bpp Ich bin das Spiel Kipi Ja stark Und dann auch Ja ich bin zufrieden Die letzten Runden generell liefen Besser Okay 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 Okay